Hallo meine Lieben, ihr habt ja bestimmt schon die schlechten Neuigkeiten von Dave gehört und ich kann es immer noch nicht glauben. Anscheinend haben die Verantwortlichen gar keine Ahnung, was sie einem Kind damit überhaupt antun und Dave hat im Heim so viel durchgemacht und ich finde, das ist langsam genug. Und diese Menschen wollen auch einfach nicht kapieren, dass Kinder ihre eigene Meinung haben und die auch äußern dürfen. Und ich finde, Angela, du hast alles vollkommen richtig gemacht. Lass dich nicht unterkriegen, du hast alles vollkommen richtig gemacht. Und es sollte einfach mehr Menschen geben wie dich. Wir können diesen Kinderklau einfach nur gemeinsam stoppen und ansonsten... wird das immer, immer so weitergehen und das geht einfach nicht. Ja, meine Lieben, das war es eigentlich auch schon. Bis zum nächsten Mal.